Hallo, hier ist Naruto1980. Herzlich Willkommen zu Captain Tsubasa, jetzt zu einem neuen weiteren Part und dann geht's da los, wo wir aufgetan haben. Und let's go. Und jetzt gehen wir auch wieder da. Spiel übertragen, natürlich. Jetzt. So, jetzt fangen wir da weiter, wo wir auch aufgehört haben. So, wieder, ich denke, jetzt, ähm, wie wir Fortsetzung gesagt haben, mit uns, dass ich so jetzt zeig, wie man welche Schüsse jetzt wie frei kriegt. Von den Superschüssen jetzt, deswegen. Weil ihr dürft nie vergessen, sag ich jetzt wieder, sag ich jetzt eins, dann wiederhole ich mich vielleicht nur ein einziges Mal und danach nicht mehr. Ihr denkt, ihr müsst Rang A, S oder was für diese Spezialschuss haben. Bei manchen haben es A und auch S. Aber das genügt euch nicht. Das genügt euch selber nicht. Bei den Charakteren mit ihr habt. Es gibt einen Charakter, wo ihr braucht. Wo es wichtig ist, dass die Freundschafts... Punkte höher sind, dass ihr überhaupt bei den Charakteren, wo ihr die Schüsse wollt, auch kriegt. Das heißt, Ishizaki. Er muss den Rang D haben. Wenn ihr den habt, lasst ihr Ishizaki auf D. Dann kriegt ihr, wie den anderen Charakteren, wenn ihr dann auf A oder S seid, halt, kann man ja sehen, welche Schüsse die haben. Auch bei den Superschüssen. Manchmal haben wir auch nur zwei Superschüsse und da stehen dran, was es ist. Und das braucht ihr dann. Und das heißt dann, da braucht ihr Ishizaki auf D. Die ganze Zeit musste, lasst ihr den dann rauf. Dann tue ihr immer die dann, also immer die Freundschaftspunkte von denen erhöhen, von denen, wo ihr die ganzen Schüsse haben wollt. Und dann bekommt ihr die Schüsse auch. So, wenn ihr nur... Weizwasser S habt und ihr seid im Finale. Und Ishizaki ist auf C. Bringt's euch nix. Kriegt ihr nicht frei, weil ihr müsst, wie gesagt, die auf D haben. Warum, weiß ich nicht. Ich hab's auch rausgefunden. Es war halt eine schmerzhafte Erfahrung für mich. Ich hab's auch erst rausbekommen, so. Warum so ist, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber es ist einfach so. Weil das bringt uns gar nix. Und das ist es halt. Spielergaten. Aber das Finale gegen wen ihr antretet, ist schnuppe. Das ist egal. Ob's Deutschland ist, wer's ist. Ihr kriegt trotzdem diese... Ding... Sowieso. Da spielt's keine Rolle, ob ihr... Ding habt oder nicht. Im Finale gegen wen ihr antretet. Das Spiel in dem Sinn hat keine Rolle. Habe ich ja auch gemerkt. Weil ich ja gedacht, ihr braucht Deutschland weiter. Aber, äh, stimmt nicht. Ihr braucht Deutschland nicht. Es geht auch um eine andere Mannschaft, wo er halt im Finale ist. Halt die Finale-Mannschaft. Das ist es halt. Wenn ihr das dann habt, dann... Perfekt. Und das. Puh. Puh. Okay. Puh. Das war's aus Sora und... Diaz. Puh. Puh. Ich meine auch hier, ist egal. Nichts mehr, ist egal. So. So. Wem ins Mal nehmen wir hier Juga. Wieder mal. Weil... Wir müssen gucken. Puh. Und jetzt komm. Wie? Ist das mit dem? das ist wieder hinkriegen ich muss mich auf jeden fall zu passern hochkriege weil dem seine schluss abgesehen ich bin doch dass du halt nicht zu passern und hier zusammen mit dem haus zu tun ist dreckig zusammengestellt ist das ist einfach der Mist egal und weg Das ist das. Und war in der Mitte. Fahre Nummer 1. So. Genau. Genau. Ich bin da dran. Oh ja. Ich weiß, dass ich dann beim nächsten Mal den Überhof baller... baller. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Weg. Ach, das hier... Wow. Cool. Mach der's. Mach, los. Mach. 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 Ja, ja, gleich ist er anfangs kretschen. Tja, selber Schultinger. Selber Schultinger. Ja, ja, vergiss es. Guck mal, Pakabayashi. Ja, ja, kretschen wohl dir, ne, wartet. Tja, selber Schultinger da. Ok. Okay. Ich habe jetzt schon mal mit jedem geschossen, ja? Ich habe jetzt einen Ball verstanden. Ja, ja, freut, schon zu früh. Ich hab dich gewarnt, Alter. Ja, freut, schon zu früh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, gib nicht so an, Junge. Gib nicht so an, Alter. Ich will nicht. Ich habe ihn sogar Rachetesen. Was ist es? Was ist es? Was ist das? Was ist mein Apo? Was kommt davon, wenn du dich zwischendurch stellst? Du hast dich besser nicht zwischendurch gestellt, Alter. Dein Fehler. Ja, natürlich. W-w-w-w-w! Dreht's doch! Ich hab's noch wieder geflogen! W-w-w-w! Man muss jetzt schnell werden! Ruhig! Es ist doch los! Du hast dann schon das Geld gemacht! H-h-haaa! H-h-haaa! Ich hab's noch nicht verletzt! H-h-haaa! W-w-w-w-w! W-w-w-w-w-w-w-w-w! W-w-w-w-w! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Mit Topspin. Aber zwar auch gut ausgeglichen. Oh, krass. Und nah haben wir ja nichts denn? Oh. Weg. Tja, noch versuch. Kulitzel? Tja. Was kommt auf einmal, wenn du herkommst, Alter? Tja. Kommt auf einmal, wenn man seinen Torföl lässt. Tja. So, 5 zu 0, auf und zu Wasser, in seinem Topspin. Tja. Was ich meine, ist durch Zubasas. Tja. Habt ihr wohl nicht richtig halten können? Und Chitto, gut geklärt, Chitto. Fertig ist es, Alter. Was sie haben erklärt? Weg! Oh, rein damit! Tja. 6 zu 0. Tja. Boah, dabei kam wieder auch richtig. Dabei kam echt wieder auch richtig von hier und zu mir über. Oh, damit, da kam wieder auch richtig, Alter. Damit haben wir hier das 6 zu 0. Und? Hm? Hm? Ja, das holt ihr sowieso nicht mehr auf Pech gehabt. Ah ja, sehr gut, perfekt. Ach, verflucht! Du hast versucht inamour, aufhole Schiff zu stehen. Weiter schiefst! Neck! Du hast auf diese Seite geimprent! Das ist ja so gut. Du hast da geschuht kommen. Ja. Du hast auf die Seite geimprent! Du hast die Seite geimprent! Du hast da! Du hast es aus! Du hast da! Ich bin schiefst! Du hast einebinальный, hier. Du hast du mitgepringen! Dordig! Noch ein Tor. Und da ist er drin. 7 zu 0. Tja. 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 Noch ein Tor. Gut. Wie gesagt. Dann haben wir es. Tja. 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 Das sieht gut. Ja, Freunde, das war's wohl. Hätte jetzt nicht gedacht. Boah! wow mit dir habe ich schon rang auch geil zu was erfüllt nicht mehr viel habe ich es südamerikanisches dribbling mit hoher geschwindigkeit vielleicht werde ich das dribbling austauschen bei mir noch einmal haben wir es perfekt dann kriegt doch man es mit zu wasser dann kriegt doch man es noch mit zu wasser das ist ja krass mal gucken ob wir mit hieber auf holen können ein bisschen ich habe immer noch arme zu wasser deswegen noch nicht im finale wir haben es nur nicht durch im finale wenn wir jetzt über uns zu passen kriegen würde das gut das ist diesmal krieg ich dich ich muss nötig bis sieben die aus fang auf stege halten bitte mhm ok ok was Raumexperte Diaz erhalten. Fähigkeit Diaz. 100 Punkte. Spielpunkte. Krass. Wow. Geil. Zwillingsschuss. Cool. Aktion. Japanischer Zwillingsschuss mit zu Barsa erhalten. Ja, krass. Endlich mal noch eine neue Technik gekriegt. Zwillingsschuss, ey. Krass. Ja. Wie warst du schon? Oh, dann sollte ich den gleich nehmen. Dann setze ich den zwillingsschuss mit Wasser gleich bei mir noch mit ein. Dann haben wir wenigstens irgendwas davon noch. Zu dem Ganzen. Als Wunderfinde. Krass. Das wird ja mal, dass wir da jetzt gerade mal Hammer. Mäßig. Oh. Geil. Da krieg ich jetzt einen. Da krieg ich mir auch wieder. Wow. Bin ich mal gespannt, was wir da kriegen. Okay. Aktion. Dribbling mit vorwärts. Ah, ja. Mit vorwärtsüberschlag. Okay. Blablab. Sorry. Ich hab's jetzt gerade mal über. Das gucken müssen wir aber mit vorwärtsüberschlag. Geil. Prima. Kann ich gleich. Wow. Bist du am Topspin interessiert? Ja. Was weiß. Du weißt schon, wie der geht. Zeigst du ihn mir? Klar. Wow, da ist echt nicht schlecht. Aber er ist ein wenig anders als meiner. Krieg ich den jetzt auch noch? Das wäre ja cool. Ja, zeig euch. Wow. Aktion. Geil. Da haben wir's. Da haben wir's. Da haben wir's. Krass. Da haben wir's. Da haben wir's. Aktion. Dias. Topspin erhalten. Geil. Da haben wir's. Jetzt hab ich auch Dias Topspin. Jawohl. Seht ihr, Freunde? So bekommt man's Beispiel jetzt auch Dias Topspin. So wie ich den wollte. Den wollte ich auch schon oft haben. Hey, er hat mich angerufen. Na ja, ich hab mich jetzt weggedrückt. Alter, was ist los? Warum ruft die mich dann überhaupt an? Ja. Na. Wow. Schigo, aui. Was geht bei dem denn ab? Ja. Hm. Da werde ich gleich mal zwei Sachen einsetzen bei mir. Bei meinem eigenen Karten auf Spieler. Wow, ich hab niemals gedacht, dass ich mich so... Weißt du, was ist denn zu gut? Wow. Hä? Das war großartig. Ich denk dran, wie sich das angefühlt hat und übe weiter. Das war wahrscheinlich der Topspin von Dias Topspin. Oh, krass. Der sah aber da auch nicht schlecht aus. Ich bin mal gespannt, ob man den auch verbinden kann mit dem Neotopspin. Lifting. Panzer erhalten. Alter, was geht hier ab? Ha. Krass. hat spaß gemacht das training heute chris kommt doch mal wieder vorbei werde ich auf jeden fall ja naja wir sind wohl da hat auch meinen topsten mann topspin kennenlernen er hat mir sein gesagt das habe ich ihn kriegt auch kein team verstärkung künftig partien sind werte alle teamkollegen erhöht auch nicht schlecht speichern jawohl gebrauchen gerade viertelfinale alter ich gehe schon hier drauf als erstes spieler datei jawoll ein bisschen reinhauen mit dem ding spiel aktion wir haben nichts aber die firmen hier Warte Okay Warte, man braucht Um den Gegner auszuweichen Und um den Gegner auszuweichen Und um den Gegner auszuweichen Einmal ein Trim und vorwärts Einmal ein Trim und vorwärts Machen wir mal so Perfekt Oh, hier, pass auf Hier habe ich Topspin Diastopspin, Tigerschuss, Falken, Gewehrkugeln OK In dem Tempo stelle ich noch etwas rein hier und dann noch die restlichen punkte in die technik da müssen wir gucken dass wir gleich danach haben nicht den mund voll genommen haben und wirklich tatsächlich den ding rein den es noch kriegen weil sind so ein problem ich hatte was so super perfekter ist den will ich haben weil er kriegt gleich mit beides ok ba vergisst das schaffen wir nicht mehr mit über ist egal herr wie wir das ganze nicht so hart ist halt doof und da habe ich auch noch mal zu passen und zusammen genau dass ich will das werde ich es beide zusammen und auch die erst noch mal das kommt genau richtig so mal gucken okay los geht's ich glaube ich nur die eine chance noch dann auf es zu kommen wenn wir das nicht schaffen haben ein problem deswegen ist ja schön dass ich es schaffen war jetzt da noch den neotops bin noch dazu dass wir krass dazu und den neotops dann noch dazu dazu den neotops bin doch dazu dazu noch den neotops bin das wird gut da haben sie nicht von wir sind sie nicht bestellte die menge einst aber Aber warum? Ey, ohne Witze. Was ist denn das für eine Scheiße? Er steigt an den Stockspieler, aber macht es nicht. Oh, ich könnte können. Ohne. Oh, geil. Spiele ihn doch mal im Gorkad. Ja. Na, also. Ohne. Was, du hältst ihn? Du Sack. Gut. Du bist. Was? Ohne 잘못 bin. How's das? Ohne, das war's. So, mein Reichsinn kann jetzt so. Oh mein, ich mich jetzt das mal so. Perfekt. So, mein Reichsinn kann jetzt noch einmal mehr zu verschüßen, dann ist was los, Junge. Aber was darf er denn gar nicht halten? So, mein Reichsinn kann jetzt noch einmal mehr zu verschüßen. Junge, warum hältst du eigentlich immer den Ball? So, mein Reichsinn kann jetzt noch mal wiederholen. So, mein Reichsinn kann jetzt noch mehr zu schüren. Was ist das? Oh, warte, mein Freund, das wirst du mir gewissen, Alter. Gut, mach Matsuyama. So, es reicht langsam, so, das weiß ich nicht, Alter, das gibt's doch nicht, Alter, was wollt ihr? Hier hält uns Mucken. Ja, nein nein, jemand ist es gerade geschafft, bevor ihr Hudson in dort, M greenboolen, ja. Wettbewerb! Oh, ein Tänz! Oh, ein Tänz! Das ist schwer! Ja. 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 so wakabayasuki hat den garten so mal gucken ob er beim nächsten links dann zu was eigentlich den verdammten macht das ist gleich gibt mit 3 zu 0 Oh ja, Schluss Subasa war es. Ja, Subasa. Perfekt. Es hat genau den richtigen getroffen. Es hat gerade genau den richtigen getroffen. Perfekt. Das ist 3 zu 0. Gut gemacht, Subasa. Deswegen wollte ich, dass es ihn trifft. Neotopspin, für Subasa, Subasa. Sogar. Sogar, ich bin. Äh, er gibt nicht so an, Junge. Junge, komm doch mal her jetzt. Wo seid ihr schon wieder alle? Rennt doch da nicht runter drüben. Komm doch her jetzt. Was macht ihr eigentlich da hinten? Komm doch einfach her. Ist doch eigentlich zu dem hinüberbringstuf. Weil er zu langsam war. Suba war zu langsam. Nur weil ich die erst den Ball bekommen habe. Weil ihr zu langsam seid, ey. Meine Fresse, ey. Weg. Pack dich mal mit deinem scheißen Kretscher, Alter. Komm. Jawoll. 4-1. Perfekt. Perfektor Mondo. Du hast dich nun da gerade losgelassen, Alter. Wer ist denn, dass ich nun da gerade losgelassen habe? Sonst hat man jetzt ein Problem bekommen. Halleluja, Alter. Heißt dazu sagen. Was haben wir denn mit? Ja. Oh, Leute. Fang doch nicht zu... Oh, ich dachte, den Helder. Ich dachte, den Helder halt. Nee, kann man das nicht. Perfekt. Gut gehalten. Gut gehalten, Alter. Das war mal mit. Sehr geil. Gut gehalten. Lecker! Geh das? Nüze'ni-kun! Pass. Lecker! Die Kümel sind in der Zeit. Das ist die Überfläche! Das ist die Überfläche! Das ist die Überfläche! Auf der Fall! Das ist die Überfläche! 5-1, perfekt. Da greifen wir ein Vielfaches S, glaube ich dann. Habt ihr gut gemacht, Leute, ihr habt so gut gespielt, ihr seid so super, ey. Leute, geh doch mal dran, oh, scheiße. Gut gemacht, das war mal. Jawohl, wir haben es fast geschafft, oder? Wir haben fast den Ding zusammen. Okay. Okay. Und gewonnen. Perfekt. Schau! 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 Das hat doch gut gepasst eben! So, jetzt komm! Komm schon, komm schon, komm! So, das hier! Ja! Es! Perfekt! Eng mit Zubasa! Perfekt! Zubasa hat sein S gekriegt! Jawohl! Genau das, was ich wollte! Ich wollte, dass er noch S kriegte, Zubasa! Und er hat S gekriegt! Perfekt! Super Ass! Eng mit Diaz! Direkte Schütze! Perfekt! Wir haben S mit Zubasa! Hm. Okay. So, jetzt kommt's! Allerbeste! Passt auf, Freunde! Wir haben jetzt mit Zubasa S erreicht! Jetzt passt auf! Ich hoffe, dass es jetzt ist! Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber... Boah! Immer diese Unterblockung, immer da! Widerst du nicht mal wegdrücken kannst! Wir haben jetzt den ganzen Spiel! Ich will's jetzt nicht so schnell wegdrücken! Den ganzen... Fuck! Okay, nur! Ich habe gedacht, ich kriege das S nicht mehr mit Zubasa, aber doch mal gucken! Ich bin froh, dass ich das... Ich bin froh, dass ich das S gekriegt habe! Hi! Schön, dass du da bist! Hm! Super! Endlich! Jetzt habe ich wenigstens das S bekommen für Zubasa! Das heißt, wir kriegen den Neotopspin! Oh yeah! Ja, auf Wiedersehen! Schön, dass du kurz da warst! Okay! Oh! Oh ja! Natürlich Glas da jetzt drin ist! So! 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 Und ihr bougst rein! Da ist jetzt klart vorher irgendwann! Du bist gleich bei dieser St Lage! Okay, ja! Oh ja, früher. Du hast Hoff Ich weiß aber nichtes! Wunder! Ja, oder Trump Forcewhen auch gar wundet thinks! Haver ich dabei! Mit unserer Ersatzung Das liegt daran, dass er Käptnis Okay Wow Oh ja Oh ja Oh ja Zirr 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 und dann so lasse und abflug ja ist ja jetzt gut, jetzt komm haben wir das jetzt endlich mal alles weg, endlich fertig hier, wenn ich jetzt super wenn ich jetzt das weg hab oh Gott, Heine, ne 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 also wenn der schießt, mit seinem Special Schuss, oh oh ja, der war fast ein Fortschrott draußen, wo wir denn? ne klar, dass er den Feuerschuss nicht halten kann oh Gott, am Meer kann er okay, na was und auch drin okay, dann macht jetzt weiter kaum das ist aber auch noch für sie, die wo zum Beispiel nicht wissen, wie man die Superschüsse freischaltet ich hab's auch am Anfang nicht gewusst, gerafft oder gewusst, aber jetzt wissen wir es ja ja, haben wir es jetzt endlich bald, meine Güte das denke ich mal weitermachen können, jetzt hier Kinder, ey, kommt äh, noch Stichereignis ja, also ja, könnte mal ein Bild brennen, danke okay mh 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 okay gut gut oi 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 Machen wir so, wie das hier Rangaufstiegereignis, okay Alles klar 100 Punkte verdient, jawoll Was ist das? Oh, da ist ein Fußball bei So Puh 50 Punkte, Löder Das bringt mir leider gerade im Moment nicht viel jetzt Oh, Rangaufstiegereignis, cool Wow Gehen 150 Punkte, oh yeah Ja das sind gut an 50 punkte eigentlich speichern die russi und so wendt das und das bitte bringen wir den neotops bin bei So, was ist das denn? Ah, Halbfinale. Okay, wir sind noch nicht im Finale. Okay. Perfekt, das ist jetzt Halbfinale. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Danach kommt Finale. So, Spielerdatei. Auf. Und jetzt die Restliche gebe ich alles in Technik. Perfekt. So, das Rechtliche habe ich nämlich jetzt alles in die Technik gesteckt. Top Spinfall. Perfekt. So. Das heißt, wir nehmen nicht zu Barca, wir nehmen jetzt wieder Hyuka. Für das Ganze. Das Finale kommt erst danach. Oh, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie es jetzt läuft. Gruppenaufteilung. Ah, ah. Wir nehmen nur Hyuka. Oh, ja. Das ist ja gut. Warte. Den behalten wir. Und da ist er hier unten. So. Das ist ja gut. Ich habe diesmal absichtlich Hyuka genommen. Weil zu Barca lasse ich jetzt weg, weil zu Barca brauche ich jetzt nicht mehr. Weil ich hier jetzt einen Essrang bestehen habe. Weil ich hier stehen bleib. Gäste. Was ist das Kino? Machos! Schönen Tag. Wir müssen den Menschen auf dem Weg kommen! Was ist das Kino? Ich hab den Menschen auf dem Weg. Was ist das Kino? Was ist das Kino? Was ist das Kino? Was ist das Kino? Klar, aber ich hasse, dass die jetzt wieder anfangen durften. Ich fand's einfach nur kacke, dass die jetzt wieder... Ich fand's einfach kacke, dass die anfangen durften, gerade. Oh, jetzt fangen die auch wieder anzukriegchen, oder? Oh, jetzt haben wir 1-1. Na, geht doch. Glück war frei. Und schuld. Oh, jetzt haben wir 4-3. Oh, jetzt haben wir 4-3. Oh, jetzt sind wir 4-3. ja leute wo seid ihr schon wieder meine fresse sorry aber ich wollte gerade nicht sagen es tut mir leid aber wenn die leute nicht da sind wo sie hinten wenn die leute nicht da sind wo sie hin sollten wenn die leute nicht da sind wo sie sind also was soll ich machen so dann haben wir jetzt das 2 zu 1 ja 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 Genau. Ja, schönfällig, ja, die so wundersch... Der blöber ja den jetzt reingelassen, der da doch... Ja, der könnte ja gar nicht, weil ich hab ja den Ding... Wunderschön. Ach, ja. Schönfällig. Dreifacher Sie die minster Hälschenschüss! Kiesch. Kiesch. Kiesch! 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 Hatschi! Kappelage! Kappelage! Geht's dir! Nein! Ich werde nicht mehr auf die Ball. Geht's! 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 Oh, ich habe ein freier Platz. Cool. Freie Schussrecker habe ich dafür. Geht's! 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 Tja... Sorry. Genau. Ab den. Was machen wir da? 5 zu 1 Tja Tut mir leid, wenn ihr denkt, dass ich euch hier... Ne, das war für das erste Tor, was ich uns dran geballert habe. Tja. Wenn ich hören will, muss ich es fühlen. Ich kann nur sagen, wenn ich hören will, muss ich es fühlen. Tja. Endlich, das was ich vermute. Tja, weggekretscht und... Ja, mach doch weiter jetzt, Mann. Immer dieses... Ey, ohne Witz, immer... Ohne Witz, immer dieses lange... Äh... Ohh... Wie lief? Hügel! Hügel! Ich würde es nicht schliere, aber nicht so schliere. Ich würde es nicht schliere. Das ist das! Ich würde es nicht schliere, was ich gewiss! Hügel! Hügel, ich bin hier! Ich bin hier in der Schleife! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier! Feneri! Du bist du nicht schliere. die gleicher so zu den Dingen ein Problem doch ja es ist ja warum ist der Fall die Ferien weg jetzt aber ein gültig meine liebe das hast du mir büßen junge ich hab dich gewahrn wenn ich fern will muss tja wenn ich fern will muss füllen ja ja gib nicht so an gib nicht so an alter nur weil jetzt warum muss da immer jemand stehen gerade ich verstehe das nicht ernsthaft jetzt na also geht so ja klar jetzt der auch so schnell alter dafür wirst du mir büßen weil du so schnell bist alter glaub mir für diese schnellste dass du mich grempelt hast war es dein ende junge jetzt kommt noch mal her verflucht ich verstehe das nicht schlafen die alle oder was diesmal nicht freunde danach diesmal nicht nein 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 vergesst euch das ganze 6 zu 1 vergesst das ich hole nicht mehr auch vergesst das Leute das hole ich nicht wenn wir uns nicht gerade nicht viel kommentiert haben aber das war ein Tor ich hab doch nicht zu dass solche heilnis wie ihr mein superschuss block warte was sollt das weg 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 was sollst du denn schon wieder geh mal weg jetzt alter ja 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 das ist ja was los kommt ihr nicht mehr mit so fühlt wie ich bin oh man seid ihr schwach ja oh man ja was kommt jetzt ah Misaki gegen Pierre krass sanfte Berührung von Misaki für Misaki für mich für mich Oh! Oh nein, das ist das mit Tammer selbst noch geschossen mit meinem Kalabdegner. Das ist schon doch geklärt. Tja. Wieso kommt 8 zu 1? Tja. Was kommt ab, wenn ihr rauskommt? Warum kommst du raus? Das ist etwas schuldig, aber warum kommst du raus? Dein eigenes Schild, warum kommst du raus? Das ist toll, wenn du jetzt nur draußen gekommen bist. Tja. Gesehen? Hättest du dich die Zeit verschuldet, mir nachzulaufen, dann wirst du jetzt ab. Ich hab' die Torchchons versaut gerade eben. Tja. Gewonnen. 8 zu 1. Tja. 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 Oh shit, das hat leider noch ein bisschen gebraucht, wenn ich es gehabt mit Hiyuga. Aber das hat leider nicht mehr gereicht gerade. Schade. Ich hätte gedacht, das hat gereicht, aber Mist. Egal. Das brauchen wir eigentlich gar nicht weiter zurück damit. Hirakumikaru Matsuyama Oh man, düdüdüdüd. Das, ha, klasse. Okay, das brauchen wir nicht. Das können wir einfach mal überspringen, das brauchen wir alles momentan nicht gerade. Leider hat es nicht gereicht für Hiyuga, aber egal. Hier, Rangereignis, komm schon Chris. Hier ist mal was anderes, was ich weiß. Wenn nur da sind. Stark gefallen sind. So. Direktschütze. Punkten dafür, okay. So, ich werde ein Ding studieren. 50 Punkte, okay. So. Okay. Na ja, da muss ich ja schon. Wow. Biskantisch Stil. Ähm. 100 Punkte. Perfekt. Alan Pascal. Alan. Ah ja, Alan Pascal. Oh Gott. Wir sind mal gleich ein Ding durch. Mit dem ganzen hier. Oh Gott, he knows. Speichern, sehr gut. Okay, aber das ist glaube ich schon, das war auch noch nicht gewesen, aber egal. Bitte macht es mir jetzt nicht so schwer, das ist halt doof, aber wenn die das jetzt hier einfach so schwer machen gerade. Tops, bin aber nicht drin, okay. So. Ich weiß nicht, ob es dann da kommt oder da, äh, äh, dieses Ding Auswahlteil. Aber ich hab bei dem, dann, dann ist, dann besser bekloppt, weil ich am Anfang das Ding auch nicht gehabt mit der Auswahl. Ich hab's mir aber gleich beim ersten Mal auch nicht raussuchen brauchen. Ich hab da einfach gleich diese Sequenz gekriegt. Ich weiß nicht, wie es jetzt diesmal ist, keine Ahnung. Oder ob der eine, was da für eine Anforderung gestellt wird, ich weiß es nicht. Neotops, bin ja, ich weiß. So, haben wir's jetzt endlich. Oh, ja, meine Güte. Oh, ja, meine Güte. Schön, dass wir alle sind jetzt gerade, aber bringt mir jetzt gar nichts. Warum jedes Mal immer diesen? Mist, ich versteh das gerade nicht. Speichern. Hätte ich eigentlich gar nicht gehabt. Erreiche mit einem Schuss Bewertung A im Topspin fix. Neotops bin. Ja, toll. Das ist jetzt gerade der größte Mist, weil das habe ich beim ersten Mal nicht gehabt. Wertung A mit Topspin fix. Gut, dann nehme ich es an. Den Mist habe ich eigentlich gar nicht machen müssen. Ich habe beim ersten Mal gleich dieses Sequenz gekriegt, um den da freizuschalten. Da habe ich das gar nicht gehabt. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Party starten, natürlich. Aber ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Keine Ahnung. Das ist ja ohne Witz, das ist ja auch bekloppt, finde ich jetzt gerade, wirklich. Ihr habt es ja selber gesehen, wie ich den Neotopspin hatte, in dem anderen Charakter. Und hier ist es dann gleich so doof. Das ist nervend. Das ist nervend. Genau das gleiche wie ein Tigerschuss. Oh Mann, ey. Das ist ja ohne Witz, das ist ja ohne Witz. Oh, wieso kam der eigentlich rausgesprungen? Ich versteh das nicht, Alter. Wirklich, ich hasse, dass er rausgesprungen kam. Ich versteh das nicht, Alter. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Ja, aber jetzt kommt der wieder angerannt, ey. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 So, dass ich nicht umgedreht hat. er wirklich übertreibt nicht übertreibt nicht übertreibt nicht übertreibt nicht dann noch eins Okay. Wasser, Rida! Die wem macht beim Schuss! Nimm! Ich bin nur aus und hab den Pass-Fan viel über Sinward! Ich bin nur aus und auf einmal am Schuss! Kugel, ich bin nur aus und auf einmal. Können wir nicht mal einfach mal um Schuss halten oder was macht die eigentlich denn? Müsst. Ich bin nur aus und aus. Slausel, Sie müssen die schaffe. Ich bin nur aus, Sie müssen die schaffe. Ich bin nur aus! Wir werden hier in den Schuss! Ich bin nur aus! Er braucht gar nicht so den Gangschutz zu haben mehr. Immer das blöde ist, immer dasselbe Scheißdacken. Was ist mit den Spielern, ey, ich schwör's. Schränkt ihr euch? 3 zu 1. Oh yeah, perfekt und noch ein Tor. Ja, tschau tschau. Hä? Ja, da bin ich auch gerade. Ja, da bin ich auch gerade. Ja, da bin ich auch gerade. Alter. Ja, da bin ich auch gerade. Das ist ein Takt, das ist ein Takt. Ja, okay, dann haben wir eben vor dem eben halt nicht den, man muss mal gucken, dass wir da vielleicht noch mal freispielen, den Neo Top Spin, weil dann haben wir hier dafür nicht, dann haben wir ein bisschen nur für einen Charakter erst einmal, für das eine Mal, aber egal. Ja, da ist jetzt ein A gebraucht für die Schüsse. Egal. Aber das kriegen wir aber auch irgendwie hin, dass wir ein A kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob das so schwer ist. Ich glaube, das müsste eigentlich leicht sein, ein A zu kriegen für das Ganze. Aber egal, wir haben jetzt in mir, wir haben den Neo Top Spin ist und den Neo Tierschuss auch nicht, nur für den anderen Charakter, sondern erstmals gemacht haben wir den jetzt. Ist ja auch kein Problem. Ja, ist ja aber auch kein Problem. Egal. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja wenigstens einmal. Und wir werden uns dafür noch mal freischalten und holen. Natürlich, wir werden uns den öfters freischalten für das Ganze. Wir müssen halt nur gucken, dass wir halt ein A kriegen. Wir müssen halt gucken, dass wir halt immer halt ein A kriegen halt im Dings Schüsse. Wir müssen halt gucken, dass wir halt in den Schüssen halt ein A kriegen für beide. Aber das kriegen wir hin, das wird leicht. Aber ich habe beim ersten Mal, das nicht, ich habe beim ersten Mal, gleich im ersten Mal, wo ich ihn gekriegt habe, habe ich gleich diese Sequenz gehabt. Und da habe ich dann diese Dinge gehabt, den Bonus Event oder was das war. Und dann habe ich die Sequenz gekriegt. Da hieß es dann, da hieß es dann nämlich danach, mit irgendetwas oder irgendwas wegen Gewinnen oder so. Und was wichtig wäre und dann konnte man sich zwischen irgendwas raussuchen. Was das weiß ich nicht mehr, was es war, aber ich weiß, das zweite weiß ich, da stand dann nämlich Neotops bin. Und dann bin ich ja, du könntest dich auf Neotops bin gehen. Und dann habe ich den Neotops bin, habe ich den Neotops bin für meinen Charakter erhalten. Warum es jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber egal. Kriegen wir definitiv auf jeden Fall hin, dass wir ein A kriegen, bei beiden Schüssen. Team Trumpfkarte. Egal dafür, wir wissen es, den Diastops bin, aber wenigstens. Ist ja aber auch nicht schlimme Firma, den jetzt wenigstens. Okay. So. Da haben wir jetzt einmal den. Untertitelung. BR 2018 Ja, und da haben wir auch hier, da ist er, hier, da steht's, da seht ihr's, da seht ihr's, hier, da seht ihr's jetzt grad selber, da oben Schuss, bei Schüssel, Topspin, dann Luftschüssel, Fallrückzieher, Superschuss, Neotopspin, da steht's ja auch, ich hab's ja euch auch in dem einen Video auch gezeigt gehabt, da steht's ja auch, Superschuss, Neotopspin, das meine ich, da hab ich den vielleicht, ja, hab ich den vielleicht bekommen, Aber hier, hier zum Beispiel werden Nankatsu-Spieler, Dann hier Tofu, und dann ist es hier auch nochmal Nankatsu, Na also, heißt es, dass es das natürlich nicht, äh, Ding hat, aber ist egal, da haben wir hier Top-Spieler und Pass, und dann hier dafür, wenn ich das auch was gut ist, beim Kombo-Schuss, den japanischen Zwillingsschuss mit Zubasa, das war auch ok. Wo man jetzt grad nicht meckern kann, in dem Sinn. Musik 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 So, dann haben wir jetzt hier auch, dann haben wir jetzt den auch noch mal registriert, da kann man wahrscheinlich so oft spielen, wie man möchte und alles, und passt, Dias. Also gut, dann beenden wir ja auch das Ganze, dann können wir ja morgen wieder weiter aufnehmen. Gute Nacht. Gute Nacht.